Moderne Datenanalyse. Durch Perspektivwechsel wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Kennen Sie das? Sie verlieren den Überblick über Ihre Daten und können deren Potenzial deshalb nicht zu 100% ausschöpfen? Das Scrollen durch Ihre Tabellen nimmt einfach kein Ende? Eigentlich sollen Sie den personellen Status quo analysieren, doch die Informationen wachsen Ihnen regelrecht über den Kopf. Wichtige Erkenntnisse aus diesen Datenmengen zu ziehen, ist absolut nicht möglich. Verzweiflung und Frust kommen auf. Sie haben so viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Unter anderem wollen Sie folgendes wissen. Wie viele Mitarbeitende gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand? Und in welchen Abteilungen gehen besonders viele Mitarbeitende in den Ruhestand? Ideal wäre es, wenn Sie die Daten ganz einfach und schnell aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten könnten. Es braucht einen Wechsel der Perspektive, um mehr das Gesamtbild zu verstehen. Doch wie bekommt man diesen Perspektivwechsel? Okay, einmal tief durchatmen. Denn mit dem richtigen Tool geht das ganz leicht. Die Lösung lautet Kadenza. Damit können Sie Ihre Daten ganz einfach analysieren und in einem Dashboard darstellen. Mit ein Kadenza. Wir gehen gleich los und prüfen den Status quo. Wie viele Mitarbeitende gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand? Wenn wir das wissen, können wir Maßnahmen zur Personalplanung ergreifen. Los geht's mit der mehrdimensionalen Datenanalyse mit Kadenza. Per Drag & Drop können Sie sich die gewünschten Daten auf der Arbeitsfläche anzeigen lassen. Aus der Dimension Altersklasse und der Kennzahl Anzahl der Mitarbeitenden baut Kadenza dann im ersten Schritt eine dynamisch veränderbare Tabelle auf. So können Sie mit Ihren Daten experimentieren und unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Diese Methode der Datenanalyse heißt mehrdimensionale Analyse, auch Online Analytical Processing genannt, kurz OLAP. Die entstandene Tabelle gibt eine erste Auskunft über die Altersverteilung in der Behörde. Wir sehen auch, wie viele Mitarbeitende in den nächsten Jahren potenziell in den Ruhestand gehen werden. Bei den ab 50-Jährigen sind es knapp 850 und das von etwa 1.970 Mitarbeitenden insgesamt. Wir wollen nun etwas tiefer in die Daten reinschauen. Dabei leitet uns die Frage, in welcher Abteilung gehen besonders viele Personen in den Ruhestand? Dazu nehmen wir das Attribut Abteilung und ziehen es in die Tabelle. Das neu hinzugenommene Attribut reiht sich automatisch in die Tabelle ein. Die Tabelle zeigt uns nun die Anzahl der Mitarbeitenden je Altersklasse und Abteilung. So gewinnen wir einen Eindruck, wie sich die Mitarbeitenden je Altersklasse auf die einzelnen Abteilungen aufteilen. Wir brauchen nun aber einen Wechsel der Perspektive. Ausgehend von der Abteilung wollen wir wissen, wie viele Mitarbeitende gehen zeitnah in den Ruhestand. Dazu tauschen wir per Drag & Drop die Reihenfolge der Attribute in der Tabelle. Der Tabellenaufbau ändert sich automatisch. Nun steht an erster Stelle der Tabelle die Abteilung. Die Berechnungsgrundlage der Kennzahl, Anzahl Mitarbeitende, ändert sich dadurch auch. Cadenza bietet eine smarte Lösung zur noch übersichtlicheren Darstellung der Daten, das Pivotieren. Beim Pivotieren wird die Tabelle in gewisser Weise gedreht. Inhalte einer ausgewählten Dimension werden nicht mehr in Zeilen, sondern in Spalten angezeigt. Dafür nehmen wir das Attribut, das pivotiert dargestellt werden soll. In diesem Fall also Altersklasse und ziehen es in den Bereich Spalten. Sie sehen, die Übersichtlichkeit wurde durch diese Aktion deutlich besser. Eine Abteilung fällt besonders auf. Abteilung 3, Digitale Transformation zählt 44 Mitarbeitende. Davon gehören allein 31 zur Altersgruppe ab 50 Jahre. Jetzt sollten bei allen Personalverantwortlichen die Alarmglocken läuten. Im Kreisdiagramm wird dieser Sachverhalt noch deutlicher. Wir duplizieren die Tabelle und ändern den Visualisierungstyp zu Kreisdiagramm. Übrigens, für die mehrdimensionale Analyse können nicht nur Tabellen und Kreisdiagramme verwendet werden, sondern auch andere Visualisierungstypen. Da wir nur Informationen zu Abteilung 3 brauchen, filtern wir das Kreisdiagramm entsprechend. Jetzt wird klar, dass mehr als ein Drittel in den nächsten sieben Jahren pensioniert wird. Nimmt man die nächste Altersklasse hinzu, 50 bis 59, sind es sogar über zwei Drittel. Wir halten also fest, Abteilung 3 muss in den nächsten Jahren unbedingt neue junge Köpfe dazu gewinnen. Und jetzt wollen wir es noch genauer wissen und fragen uns, wie viele Abgänge gibt es innerhalb der nächsten sieben Jahre? Eine weitere neue Tabellenansicht muss her. Die Attribute Altersklasse und Anzahl der Mitarbeitenden fügen wir wieder per Drag & Drop der Tabelle hinzu. Da wir uns erstmal nur auf Abteilung 3 fokussieren, sowie auf die Altersklasse 60 bis 69, filtern wir die Tabelle erneut. Beim Attribut Altersklasse handelt es sich um eine Hierarchie, bestehend aus der Altersklasse und dem genauen Alter. Das bedeutet, dass die Daten innerhalb einer Rangfolge inhaltlich verknüpft sind. In diesem Fall besteht die Hierarchie aus zwei Ebenen, wobei Alter der Altersklasse untergeordnet ist. Um die Verteilung der Mitarbeitenden auf das genaue Alter einzusehen, klappen wir die Hierarchie aus. Allein im nächsten Jahr verlassen vier von 17 Mitgliedern der Abteilung 3 die Behörde. Wir können auch sehen, welche Personen die Organisation im nächsten Jahr verlassen werden, indem wir uns die Einzelwerte anzeigen lassen. Wir haben unser Zukunfts-Dashboard noch visuell und inhaltlich aufgepeppt. Neben den Abteilungen und dem Alter haben wir Aspekte zur Geschlechterverteilung ergänzt. Das ist ohne Umwege möglich, denn all diese Informationen stecken in ein und demselben Datensatz. Auch haben wir eine Karte in unser Dashboard eingebaut. Sie zeigt die Standorte der Mitarbeitenden in einem Cluster, farblich unterteilt in Altersklassen. Jetzt können wir unser Zukunfts-Dashboard mit KollegInnen teilen und ideal als Grundlage zur Personalanalyse nutzen. Das hilft Personalverantwortlichen schneller und leichter Maßnahmen abzuleiten. Was nehmen wir also mit? Dank Kadenza war Datenchaos gestern. Durch die mehrdimensionale Analyse mit OLAP haben Sie den Überblick. Denn die Daten lassen sich flexibel aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und Kadenza als BI-Software unterstützt das Ganze on top mit umfangreichen Visualisierungen. Eine wahre Erleichterung fürs Arbeitsleben. Mit intelligenter Datenanalyse kann so viel erreicht werden. Möchten Sie wissen, wie viel Potenzial in Ihren Daten steckt? Dann kontaktieren Sie uns jetzt unter kontakt.disi.net oder besuchen Sie uns unter www.disi.net.